jo den hier mit einem kurzen tutorial und zwar geht es darum wie kannst du den hat den hintergrund deines bildes ändern wenn du zum beispiel jetzt das ganze in png format brauchst oder einfach ein anderer hintergrund haben willst und normalerweise ist es so so habe ich bis jetzt gemacht dass du dann woher gehst in photoshop hier zum beispiel und jetzt müsste man hergehen und es geben anfangen hier auszuschneiden oder oder ja irgendwie hier so zu löschen ich sag es gleich ich bin kein nix kein photoshop experte aber das wäre das was mir jetzt einfallen würde wie ich das jetzt machen kann also alles löschen ja dann alles vergrößern und dann hergehen und eben diese einzelnen bereiche löschen oder es gibt an diesen wie heißt es dieser zauber zauberstab werkzeug und auch damit könnte jetzt hergehen und sagen ich lösche das ganze hier aber das problem ist einfach dass es extrem ungenau ist und ja dann sieht das ganze so aus und deswegen zeige ich euch ein tool wo ich wirklich begeistern bin weil damit kannst du extrem easy und hier steht in fünf sekunden und es dauert wirklich nur fünf sekunden um dein hintergrundbild zu ändern und zwar ohne photoshop ohne gimp und ohne keine ahnung was es da sonst noch irgendwie an tools gibt das zeige ich dir jetzt du gehst her sagt select foto kann jetzt hier eins auswählen wir nehmen das jetzt hier zum testen und siehe da das war es hammer ich habe keine ahnung wie das machen aber ich finde es einfach nur extrem cool weil schau dir an ja wie schnell das ganze geht ich habe es jetzt gerade eben vorhin mit diesem foto auch getestet was ich euch gezeigt habe und auch da also ich finde schaut top aus und ihr seht da diesen mega unterschied und ich zum beispiel geht es gerade her bereite ein thumbnail vor und das halt jeder vorteil deswegen brauche ich es eben ausgeschnitten weil ich mit dem ben schneider ein talk mache seht ihr dann auch auf youtube und deswegen wollte ich das hintergrundbild eben ändern und so easy geht das eben mit diesem remove punkt bg also wie move background also kann ich euch absolut empfehlen wenn ihr innerhalb von fünf sekunden ja das hintergrundbild oder den hintergrund eures bildes ändern und anpassen könnt ohne irgendwelche kenntnisse und was er sich was ja also viel spaß und viel erfolg damit wenn dir das tool weiterhilft dann freut es mich natürlich wenn du einerseits den kanal abonnierst mir ein daumen nach oben oder ein like hinterlässt und vor allem ja kommentiert ist das nützlich kennst du andere tools kannst du auch andere tools die in diese richtung gehen dann poste es mir und dann schauen wir gerne an und macht eventuell ein video dazu also in diesem sinne die ihr noch weiterhin viel erfolg